Ich bin heute mal wieder im Brookhaven unterwegs und Glücksrad entscheidet, was ich mache. Und wir starten wieder mit dem Auto. Eins. Eins ist ein Roller. Juhu. Also, Auto sieht anders aus. Okay, reicht. Wirklich kein Bock mehr. Okay. Weiter geht's mit dem Ort. Sechs. Okay, jetzt muss ich erst mal zehn. Also, wir gehen einkaufen. Hm, aber was soll ich jetzt essen? Dreizehn. Okay, also ich glaube, so viele Sachen gibt's hier gar nicht. Eins, zwei. Äh, Schokolade. Oh mein Gott, dann noch diese Reese's. Die sind halt so lecker. Okay, mir ist langweilig. Ich brauche noch irgendeinen Gegenstand. Neun. Uh, ich habe Tickets bekommen. Aber für was denn? Ab ins Kino. Tausend Likes für Teil zwei.